Beim Einlauf wie gewohnt mit dabei unser Maskottchen, der Mona Löwe Bondi. Er ist 24 Jahre alt, 1,93 groß, kommt aus den USA und ist neu bei den Baskets. Unsere Nummer 4, Ron Cherry. Er ist 23 Jahre alt, 2,1 groß, ebenfalls aus den USA, ebenfalls neu im Team. Unsere Nummer 5, Nummer 5, Jordan Paul. 26 Jahre alt, einer der 87 groß, ein deutscher Point Guard, letztes Jahr leider lange verletzt. Deswegen, Gott sei Dank, noch ein weiteres Jahr hierhin worden. Unsere Nummer 7, Konstantin Plan. Die Nummer 8, die ist noch nicht da, die gehört dann irgendwann, vielleicht nach Wochenende, zu Nemanja Djuricic. Aber er wird am Freitag, 28 Jahre alt, 2,8 Meter groß, aus den USA. Seine Vertragsverlängerung war ein Erfolg. Seine Vertragsverlängerung ist unser Center, die Nummer 9, Number 9, Julian Jelke. Er ist 21, ein ganz junger Deutscher, 2,1 Meter groß, er spielt Power Forward und Small Forward. Unsere neue Nummer 10, Julian Jasinski. Er ist 27 Jahre alt, 1,90 Meter groß, Deutscher und US-Amerikaner. Wir spotten im Sommer seinen Vertrag um 2 Jahre zur Länger. Der Nummer 11, Anthony, DJ Dino. Der nächste ist ebenfalls Deutscher, 2,3 Meter groß und 25 Jahre alt, Center und Power Forward. Interessanter Typ, unsere Nummer 12, Martin Breunitz. Martin, lacht doch mal. Unsere Nummer 13 hatte 2 Jahre Vertrag, deswegen war klar, dass er wieder hier sein wird, auch in dieser Saison. 32 Jahre alt, 1,92 groß, Deutscher und Kubaner. Und ein ziemlich feiner Kerl, die Nummer 13, Jörgmann Holas Bartolo. Ja, bei ihm hat es ein paar Wochen gedauert, aber seit Mitte Juni steht fest, der Kapitän bleibt an Bord und zwar für mindestens 2 weitere Jahre. 30 Jahre, 1,81 groß, aus den USA. Auch in der nächste ist an unserem Podcast die Nummer 14, Nummer 14, Jeff Mayo. Zum erweiterten Kader der Telekombaskets von, wir haben eben schon mal gesehen, die spielen auch bei den Dragons Röndorf. Vor ein paar Tagen 24 geworden, 1,86 groß, ein Deutscher. Die Nummer 16, Viktor Frankl Maus. Er ist 19 Jahre, 2,7 groß, ebenfalls ein Deutscher und Center. Die Nummer 17, Alexander Müller. 18 Jahre alt, 2,4 groß, ein Deutscher. Schuttinger Small Forward, die 18, Anton Geretsky. Und last but not least, 21 Jahre alt, 2,4 groß, ein Deutscher Power Forward. Unsere Nummer 19, Jannik Knisch. So, und dann habe ich gehört, die vier Letzgenannten müssen noch zum Training, und zwar relativ schnell. Deswegen fangen wir einfach an mit einem kurzen Gespräch.